Hallo und herzlich willkommen bei Edis TechLab. Im heutigen Video, das ist ein theoretisches Video, geht es um die parallele Schnittstelle. Ich wünsche euch viel Spaß damit und nach diesem Video bin ich sicher, jeder kann das. Bei der parallelen Datenübertragung werden die Datenbits nicht nacheinander, sondern gleichzeitig über mehrere Leitungen übertragen. Für eine 8-Bit-Übertragung sind mindestens 8 Datenleitungen nötig. Benannt sind die Datenleitungen TX für Transmit und RX, was für Recive steht. Es wird noch eine Ground-Leitung benötigt und eine Strobleitung, wenn keine integrierte Taktleitung vorhanden ist, wie zum Beispiel bei Speicherbus-Systemen. Sehen wir uns jetzt an, wie so eine Strobleitung funktioniert. Dazu zeichnen wir uns ein Diagramm auf, auf der Y-Achse die Pins und X ist eine Zeitachse in der Einheit Millisekunden. Dieses Diagramm dient lediglich zur Veranschaulichung und stellt nicht die tatsächliche Dauer der Datenübertragung dar. Sehen wir uns zuerst ein Glock-Signal an, das meist SCL benannt wird. Eine Glock-Leitung gibt den Takt für die Übertragung vor, indem sie regelmäßige Signale, zum Beispiel Rechtecksignale liefert. Der Sender und Empfänger synchronisieren sich mit den Flanken, die entweder steigend oder fallend sein können vom Takt-Signal. Sehen wir uns jetzt die Funktion der Strobleitung an. Eine Strobleitung signalisiert explizit, dass die Daten auf den parallelen Datenleitungen stabil und gültig sind. Standardmäßig ist eine Strobleitung aktiv, wenn das Signal auf Low gezogen ist. Und genau ab diesem Zeitpunkt beginnt der Datentransfer. Wird die Leitung wieder auf High gezogen, dann ist die Datenübertragung wieder beendet. Wir sehen hier also, dass die Strobleitung asynchron ist, d.h. sie arbeitet unabhängig von einem Takt oder einer festen Frequenz. Mit einer sogenannten Parity-Prüfung und einem Parity-Bit kann überprüft werden, ob die Daten während der Übertragung fehlerfrei sind. Nehmen wir hier das 8-Bit-Große Beispiel. Wir haben dreigängige Modi zur Auswahl. Als erstes die Odd-Parity, ungerade Parität. Dann haben wir das Even-Parity, also die gerade Parität. Oder zu guter Letzt Non-Parity, was keine Parität bedeutet. Zum besseren Verständnis machen wir jetzt ein Beispiel. Wir zählen in unserem Datensatz, wie viele High-Bits das wir haben. Das ist in unserem Beispiel hier 4 High-Bits. Die Zahl 4 ist eine gerade Zahl, also verwenden wir hier das Even-Parity-Bit. D.h. unser Parity-Bit ist 1 bzw. High, was wir auch hier in unserem Beispiel-Datensatz sehen können. Wären die High-Bits eine ungerade Anzahl, dann würden wir hier beim Parity-Bit das Low-Signal geben. Bei Non-Parity, dann spart man 1 Bit, verzichtet aber auf jegliche Fehlerkennung und ist eigentlich nicht zu empfehlen. Wer tiefer in die Elektronik und Heimautomation einsteigen möchte, den kann ich hier dieses E-Book empfehlen. Dieses Buch wird ständig weiter aktualisiert und ihr könnt euch alle zukünftigen Updates kostenlos herunterladen. Mit dem Kauf unterstützt ihr Edis Tech Lab und ich möchte mich jetzt schon recht herzlich bei euch dafür bedanken. Da wir jetzt die Grundlagen der parallelen Datenübertragung verstanden haben, ist es Zeit, den Kanal zu abonnieren, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und drückt auch die Glocke, damit ihr keine zukünftigen Videos mehr versäumt. Und über einen Daumen hoch freue ich mich natürlich auch immer sehr. Vielen Dank! Nehmen wir wieder dasselbe Datenpaket vom vorigen Beispiel. Als Ausgangspunkt haben wir hier keine gültigen Daten. Es sind zum Beispiel alle Datenleitungen auf Low gezogen. Aber die Strobleitung, die ist im Idle-Zustand und ist deswegen auf High. Als nächstes werden die Datenbits bereitgestellt. Der Sender legt die Daten von D0 bis D7 parallel auf die Datenleitung. Wir sehen hier, D0 repräsentiert das Bit0 mit High, Bit1 ist 0, Bit2 ist 1 und so weiter. Hier sehen wir auch, dass nicht alle Datenleitungen zur selben Zeit das richtige Signal anliegen haben, denn es wird etwas Zeit benötigt, bis alle Daten stabil ihren richtigen Wert haben. Danach wird der Strobe aktiviert, indem der Sender die Strobleitung auf Low setzt, um den Empfänger mitzuteilen, dass die Daten stabil und bereit sind. Der Empfänger liest jetzt die Daten von den Datenleitungen, während die Strobleitung immer noch Low ist. Nach dem Lesen der Daten setzt der Sender die Strobleitung wieder auf High, um den Abschluss dieses Lesevorgangs zu signalisieren. Nach dem Lesevorgang kehren die Datenleitungen wieder zum Idle-Zustand zurück und die Strobleitung bleibt auf High. Die parallele Datenübertragung wird bei steigender Übertragungsgeschwindigkeit physikalisch zunehmend problematischer. Faktoren wie unterschiedliche Leitungslängen, Induktivitäten und Kapazitäten führen dazu, dass die Signale der einzelnen Leitungen zeitlich auseinanderlaufen. Dieses zeitkritische Verhalten und die erhöhte Fehleranfälligkeit durch die große Anzahl von Leitungen und Kontakten machen parallele Übertragungen unzuverlässiger. Genau aus diesem Grund wird die parallele Übertragung in vielen modernen Anwendungen durch andere Übertragungsverfahren wie die serielle Datenübertragung ersetzt. Die prominentesten sind dabei UART, I2C und die SBI-Schnittstelle. Für jede dieser Schnittstellen findet ihr ein Video auf meinem YouTube-Kanal. Wenn ihr Interesse an diesen Schnittstellen habt, dann lasst es mich wissen, ich bin gerne bereit, eine modernere und überarbeitete Version dieser Schnittstellen neu zu verfilmen. Zu guter Letzt möchte ich mich noch bei Christian bedanken, der mir vor über zwei Jahren mit seiner Nachricht geschrieben hat, dass ich bei meinem ersten Video über parallele Schnittstellen die Strobleitung vergessen habe. Also Christian, vielen Dank dafür und wenn ihr euch auch bei Christian bedanken wollt, dann schaut bei seinem YouTube-Kanal vorbei und lasst ihm ein Like und ein Abo da. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Zusehen. Euer Edi